Ja, die heutigen Tagesthemen sind dann nachher diese hier, diese welche und ja, unser wissenschaftliches heute Journal und unser Tagesbild ist dieses und ja, wir beginnen die Kurznachrichten. Wenn Sie übrigens Kommentare lesen wollen, dann googeln Sie Weltrat der Weisen Forum und dann können Sie die positiven Kommentare unserer begeisterten Fans lesen und auch inhaltliche Kommentare und so weiter. Ja, die wichtigste Nachricht, Kurznachricht ist, dass Rechtsanwalt Füllmich von Corona Ausschuss sozusagen eine Sendung gemacht hat und diese Sendung ist in Playlist 3 am Ende zu finden auf dem Sender News und Talks und das geht eben um Sammelklagen in USA, Kanada und Deutschland irgendwie gegen Drosten und Wieler, wenn ich es richtig verstanden habe. Also unter Corona-Schadensersatz-Klage.de oder Klagen.de. Ja, Sie schauen, Sie das auf Playlist 3, die Sendung. Das ist sicherlich hochinteressant, denn das wird nochmal richtige Aufmerksamkeit, würde das geben, wenn jetzt weltweit Drosten und Wieler und so weiter wegen ihrer Gefährlichkeitsüberschätzung und wegen ihres unsoliden Tests sozusagen zu Schadensersatzklagen weltweit Stellung nehmen müssen und so weiter, dann ja, das könnte so hochinteressant werden. So, aber weiter mit den Kurznachrichten. Ja, übrigens, der Sender, ja, also wir müssen nochmal kurz darüber sprechen hier. Wir brauchen unbedingt, wir müssen einen intelligenten, gebildeten Milliardärskönig oder Politikkönig oder Journalistenkönig finden. Markus Lanz bietet sich ja im Moment gerade an, der also wirklich auch in der Lage ist, nachdenken zu können und dann, ja, wir brauchen also diese eine Partei, könnte schon der Durchbruch sein, die sich bei den Next Scientists for Future gemeldet hat, angesichts der Aussage vor dem Corona-Ausschuss, ja, Termin 12, ab eine Stunde 47.22, ja, und wenn, wenn, ja, aber jederzeit, wir können eben noch andere Politiker, Journalisten und Milliardärskönige brauchen, die sagen, okay, ich verstehe ansatzweise, ihr Next Scientists for Future wollt uns viel mehr Reichtum, ihr wollt uns 500 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder allein für Deutschland bringen, ihr wollt uns tausendmal mehr Gesundheit, Lebensglück, Lebensqualität und Langlebigkeit bringen und so weiter. Und ja, das ist doch ein tolles Angebot und das wollen wir gerne aufgreifen, ja, und solche Leute suchen wir halt. Und deswegen hat der Sender News und Talks jetzt auch noch ausdrücklich geschrieben für reiche, für Journalisten, für reiche Journalisten, Politiker, damit hoffentlich unsere spezielle Zielgruppe sich auch findet. Ja, und das bedeutet dann mehr Gesundheit für Könige und für Bürger, ja, für alle. Ja, es ist eben solch ein, ein, ein perfektes System, das uns alle viel glücklicher und reicher macht und das macht dann auch jeden glücklicher und reicher, ja, das ist automatisch so, sozusagen, ja. Ja, dann war da eine Sendung über Defensivsysteme im Rüstungsbereich. Das erinnerte mich sehr stark an unseren möglichen Raketenabwehrriegel rund um Deutschland, sozusagen, wobei dann ich auch drüber nachgedacht habe, was machen wir, wenn Angriffe von Schiffen kommen, können diese Mini-Raketen in der Lage sein, in die sozusagen großen Granatkanonen sozusagen der Schiffe hineinzufliegen und die dann zu zerschießen? Oder können die gar die Geschosse sogar abfangen, weil sie so klein und wendig und super schnell sind? Oder müssen die Raketchen so konstruiert sein, dass sie quasi so, quasi 50 Zentimeter unter die Wasseroberfläche fliegen und dann meterdicke Stahl-Schiffsrümpfe durchbohren, also zerschießen können, sodass dann das Wasser einfließt und die Schiffe schnellstmöglich untergehen. Aber sicherlich brauchen wir auch etwas, um eben diese Großgranaten von den Schiffskanonen abfangen zu können und so weiter. Da muss man halt drüber nachdenken. Da gibt es ja verschiedene Lösungsmodelle, Lasergeräte und so weiter. Da muss man gucken, wie weit man sich von der Stromversorgung abhängig macht oder ja, muss man gucken, wie man das Hightech-mäßig löst, dass also wirklich nichts Deutschland angreifen kann. Ja, und dann haben wir das Grundproblem. Bei der gesamten Wissenschaft und unseren Universitäten ist leider, dass alles auf dem Level, das Kreationismus sich befindet. Charles Darwin, jetzt mittlerweile 160 Jahre her, wird vom Großteil der Pseudowissenschaften und der Universitäten überhaupt nicht verstanden und das bedeutet, dass wir extrem hinter dem herhängen, also nur bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat ist Darwin hundertprozentig verstanden und integriert. Ja, der Nachteil bei den Bürgerratmodellen, also wir sagen ja jetzt mittlerweile, Leute, setzt euch auseinander mit Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, mit Bürgerräten, Bürgerversammlungen, gelost, ungelost, was auch immer. Aber der Nachteil, also bei solchen Bürgerratmodellen ist, also und setzt euch auseinander mit den Next Scientists for Future. Also setzt euch mit drei Dingen auseinander, dabei zum Bürgerrat gehören ja auch noch dann die Volksabstimmungen, setzt euch mit all diesen drei Konzepten auseinander. Gemeinwohlökonomie, Bürger, Volksabstimmungen, Räte, Versammlungen, was auch immer und der Nachteil, um das kurz zu sagen. Berater werden zwar beim Bürgerratmodell hinzugezogen, aber die Bürger sind ja nicht so motiviert, dass sie sich tausendmal mit den Beratern treffen und sich tausendmal immer wieder die Berater anhören, bis sie endlich verstehen, was diese hochwissenschaftlichen Berater, wie zum Beispiel die Next Scientists for Future ihnen sagen, sie werden das einmal hören und dann werden sie es ignorieren, weil sie es nicht verstehen. Und dann ist es quasi so, dass die Berater verpuffen und von den Durchschnittsbürgern in solchen Räten mehrheitlich nicht verstanden werden. Und dann war es das. Dann ist dieses alles, was von diesen Bürgerräten kommt, ist dann durchschnittlich. Ich möchte aber nicht sozusagen regiert werden von durchschnittlichem Know-how, sondern ich möchte von Spitzennow-how regiert werden, bestmöglich sozusagen. Ja, und so ist es quasi so, durch diese Bürgerräte werden letztendlich nur durchschnittliche Vorschläge an die Politik herangetragen werden. Das ist uninteressant, abgesehen davon, dass die Politik vielleicht gar kein Interesse hat, sich da reinreden zu lassen von solchen Bürgerräten, geschweige denn auch nur ein bisschen ihrer Macht an solche Bürgerräte abzugeben. Aber es ist ganz gut, wenn man drei Alternativen hat, also Bürgerräte, Versammlungen, Volksabstimmungen, Christian Felbers Gemeinwohl, Ökonomie und die Next Scientist for Future. Diese drei sollte die Welt diskutieren, Vorteile, Nachteile und so weiter. Was ist das ideale Konzept? Ja, im Gegensatz zum Bürgerrat ist es bei der Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future so, dass sie die Politik dazu zwingt, den Beratern tausendmal zuzuhören. Denn der Politiker weiß genau, dass er seinen gut bezahlten Job verliert, wenn er bei den Beratern irgendetwas vorschnell abtut, nur weil er sich schwer tut, das zu verstehen. Also wird er die Berater lieber, wird die Berater fragen, haben sie das Gefühl, dass ich sie immer noch nicht verstanden habe, dass wir sie immer noch nicht verstanden haben, dann bitte kommen sie morgen wieder. Wir müssen das halt im Zweifelsfall tausendmal machen. Bringen sie uns alles bei, bis wir es verstehen. Denn wenn wir irgendwie einen guten, einen perfekten Rat am Ende nicht verstehen, dann werden wir abgewählt, weil die Wohlfühlstimmen sich nicht positiv entwickeln in unserem Bundesland oder in unserer Kommune. Und dann verliert unsere ganze Partei sozusagen die Wählergunst, weil die Wohlfühlstimmen verraten, ja, dann jedem Wähler, wie es den Bürgern in dem Bundesland oder in der Kommune, die wir regieren, tatsächlich geht. Und das verrät dann alles. Und wenn dann noch die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten dazukommen, also werden die Politik aufgrund der Wohlfühlstimmen der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Wirtschaftswunderdaten, werden die Politiker den Beratern zukünftig tausendmal zuhören, auch wenn die das Allerschwierigste vom Schwierigsten versuchen, denen nahe zu bringen. Ja, und ja, und vielleicht werden sogar dann eben sie den Beratern folgen, während die Bürgerräte schon längst den Beratern nicht mehr zugehört hätten. Denn die Bürger haben kein besonderes Motiv, da tausendmal zuzuhören. Und meine Erfahrung ist, dass Durchschnittsbürger total überfordert sind, wenn sie zum Beispiel mit den Reformkonzepten der Next Scientist for Future konfrontiert werden, weil sie da einfach als Durchschnittsbürger intellektuell völlig überfordert sind. Ja, soweit. Weiter geht's mit den Kurznachrichten. Ja, und dadurch kriegen wir dann durch die Wohlfühlstimme, im Gegens, also bei den Bürgerräten, kriegen wir durchschnittliche Resultate. Und bei den, mit der Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und so weiter, kriegen wir die Politik dahin, dass wir Resultate auf allerhöchsten Niveau kriegen, weil sie sich immer die weltbesten Berater sozusagen rufen und bereit sind, denen tausendmal zuzuhören, was niemand im Bürgerrat jemals bereit wäre, sich so viel Mühe zu machen. Bis jetzt ist also sozusagen, ja, letztendlich, die Bürgerräte sind dadurch völlig nutzlos. Ja, und einem Gesetz Bürgerräten Macht abzugeben, solch ein Gesetz wird nie von möglichen Koalitionspartnern zugestimmt werden. Und bis eine Partei mit dem Bürgerräte-Konzept auf 51% gekommen ist, da können wir, glaube ich, warten, bis wir schwarz werden. Na, so. Bürgerrat und Volksabstimmung nehmen Politik Macht weg, die Wohlfühlstimme nimmt ihnen keine Macht weg und nimmt ihnen auch keine Posten weg und so weiter, ja. Also insofern hat die Wohlfühlstimme riesige Vorteile. Ja, und dann wird bei Corona immer diese Formulierung beunruhigend, beunruhigend. Also ich, mittlerweile können wir es als Formel aufmachen. Immer wenn irgendwo gesagt wird, im Corona-Kontext irgendwas sei beunruhigend, die Statistiken seien beunruhigend. Das heißt, das bedeutet dann eigentlich immer, es wird überhaupt nicht gestorben. Denn beunruhigend, ja, beunruhigend bedeutet also letztendlich ist es nichts los. Es wird nicht gestorben. Man will nur irgendwie die Sorge und die Angst der Bürger hochhalten, ja, sozusagen. Weil man eben denkt, es sei ja ein gefährliches Killer-Virus, weil man das wirklich glaubt. Weil das ja Drosten von Anfang an gesagt hat und man eben nicht gesehen hat, ja, bei der Schweinegrippe hat er sich schon tausendfach die Gefährlichkeit des Schweinegrippe-Erregers überschätzt und dass er jetzt eben auch wieder gewaltig das Corona-Virus überschätzt hat, das konnte man nicht denken irgendwie oder irgendwie konnte man da nicht drauf kommen. Ja, und dann eine Sendung zur Anarchie, Einführung in die Anarchie oder so ähnlich. Ja, da fängt es schon an. Staat abschaffen, das bedeutet eben auch Militär abschaffen, Polizei abschaffen. Also so schlecht der Rechtsstaat ist, im jetzigen Zustand bei all den Kriminellen wirklich die Polizei abzuschaffen und bei all den angriffslustigen kapitalistischen Staaten auf der Erde, die so kriegslüstern und angriffslustig sind, jetzt einfach mal so eben das Militär abzuschaffen, das halte ich für ein Selbstmordprogramm. Also das heißt, ja, die wollen ja sozusagen, im Prinzip ist es so, dass die Anarchisten den zehnten Schritt vor dem ersten wollen. Ja, also in dem Bonobo-Kommunismus ganz am Ende nach 20 Reformen, die über Jahre hinweg gewirkt haben und so weiter und im Endstadium, wenn alle Staaten der Erde pazifistisch geworden sind und keinerlei Angriffsgefahr mehr besteht, von keinem Land der Erde ausgehend und so weiter. Ja, dann so als zehnten Schritt nach vielen Jahren können wir nochmal über Anarchismus und die Ähnlichkeiten mit dem Bonobo-Kommunismus reden. Denn, aber das ist wirklich so, die Anarchisten haben so das Konzept, wir machen den zehnten Schritt vor dem ersten und fallen aufs Maul. Das ist sozusagen das Konzept des Anarchismus, also unbrauchbar. Ja, und dann wieder eine Meldung, Hepatitis E in Schweinefleisch. Ja, diese Probleme werden alle durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten gelöst, weil dann die Wirtschaft selber alles tun wird und alle Sachen so gründlich prüfen wird, dass es nie mehr vorkommen wird, dass wir irgendein Giftfleisch, Gammelfleisch oder irgendwas ähnliches oder generell giftige Nahrung bekommen, weil sie jemals dann viel Geld verlieren, ja, weil Hepatitis E, Infektion, Wohlfühlstimme geht runter, Gesundheitsdaten gehen runter, Langlebigkeitsdaten gehen eventuell runter, jemand stirbt vielleicht vorzeitig und dann zahlt dafür der entsprechende Konzern riesige Verluste, also seine Verdienstzuschläge werden gewaltig reduziert und er ist in der Gefahr, pleite zu gehen sogar. Und das weiß jeder Supermarktleiter und jede Supermarktkette, jede Biokette weiß das und deswegen wird sie ihre Produkte total überprüfen und wird nichts mehr riskieren mit den Bürgern. Schluck Wasser. Während im Moment der Wettbewerbszwang lautet, naja, das Risiko müssen wir eingehen und wenn dann ein paar Kunden sterben, da wird man uns auch nicht die Beine ausreißen im jetzigen System. Aber mit der Wohlfühlstimme bedeutet das, dass man die eigene Pleite riskiert und das wird dann niemand mehr riskieren, denn dann werden die Verdienstzuschläge reduziert, die Verdienstzuschüsse reduziert und dann geht man pleite, weil man im Wettbewerb nicht mehr mithalten kann. Ja, das war's mit den Kurznachrichten. Also nochmal, ihr lieben Milliardärskönige und hier nochmal unser Tagesbild, muss ja sein, also liebe Milliardärskönige, ja, also liebe Politikkönige, auf euch warten, ja, letztendlich, was wartet auf euch? Riesige Summen, 0,5 Billionen jährlich, verteilt auf 80 Millionen Menschen sozusagen und das wartet auf euch, das gleicht auch, liebe Politikkönige, die Verluste aus, wenn dann der Lobbyismus verschwindet, die Jobs, die Aufträge, die Vortragsaufträge und die Jobs aus der Politik, aus der Wirtschaft für euch nicht mehr kommen, aber ihr kriegt dann höhere Diäten, ihr kriegt also von diesen 500 Milliarden kräftig was ab, damit ihr auch zufrieden seid und dann gleicht man das finanziell aus und man nimmt euch keine Wacht weg, die Wohlfühlstimme führt einfach dazu, dass ihr dafür sorgen werdet, dass es dem ganzen Land ganz viel besser geht und so weiter und davon profitiert ihr selber wieder und dann, ja, wie gesagt, tausendmal mehr Lebensfreude, tausendmal mehr Gesundheit, tausendmal mehr Langlebigkeit und letztendlich mindestens genauso viel Geld, wie ihr so bisher über Parteispenden, über Jobs von der Wirtschaft und Aufträge aus der Wirtschaft und so bekommen habt, von Lobbyisten und was auch immer, das wird alles ausgeglichen und deswegen solltet ihr der Wohlfühlstimme zustimmen und ja, bei dem Next Scientist for Future will auch niemand das Parlament verkleinern, also niemand will euch was wegnehmen, man will euch nur was geben und das ist doch ein gutes Argument, um dann der Reform, den 20 Reformen der Next Scientist for Future zuzustimmen und die zu übernehmen und sich von sozusagen den Next Scientist for Future bei den 20 Reformen helfen zu lassen in den Ministerien. Ja, so, dann gucken wir uns jetzt noch die Tagesthemen an. Was ist mit den Tagesthemen? Ja, Corona habe ich ja schon erwähnt, dass es da jetzt hoffentlich endlich zu den ersten Klagen kommt, die dann nochmal die richtige Aufmerksamkeit für das Thema bringen. Ja, quasi durch eine Gefährlichkeitsüberschätzung die halbe Welt ruiniert. Das ist das Corona, ne? Und ja, und Markus Krall und Hans-Werner Sinn und Christian Felber mit der Gemeinwohlökonomie und auch die ÖDP, alle haben sie den gleichen Denkfehler und auch die Fridays for Future und Greta Thunberg sind nicht endgültig entschieden, wirklich zu sagen, wir müssen die soziale Marktwirtschaft, den freien Markt und die freie Arbeitsteilung beenden. Da war auch wieder eine Sendung, glaube ich, von Professor Kreis war das, glaube ich. Ja, sozusagen neoliberal, es gibt nur entweder demokratische Gesellschaft oder Neoliberalismus. Beides zusammen geht nicht. Naja, weil es ist ganz klar, ja, wenn dann wenige Milliardäre unendlich reich werden und alle Medienbesitzen, alle sozusagen überall mit ihrem Geld drin sind und dann wird natürlich überall das gemacht, was diese Milliardäre denken und dann ist natürlich keine Demokratie mehr vorhanden. Das ist also quasi Neoliberalismus, freier Markt und freie Arbeitsteilung führt automatisch immer in eine Scheindemokratiesituation. Das am Ende ist alles nur noch Scheindemokratie und da sind wir ja auf einem guten Wege dahin. Und deswegen müssen wir freien Markt und freie Arbeitsteilung beenden, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und müssen eben eine echte Demokratie erzeugen, die dann eben auch die Milliardärskönige tausendmal glücklicher, tausendmal gesünder und tausendmal langlebiger macht und eben sozusagen nicht viel verändert, außer dass die Milliardäre dann letztendlich keinen Einfluss mehr auf die Politik haben. Aber den brauchen sie dann auch nicht, denn sie sind ja dann glücklicher, sie sind gesünder, sie leben länger. Was wollen sie mehr? Und die Next Scientists for Future nehmen ihnen auch nichts an ihrem Geld größer weg irgendwie oder gar nichts weg erst einmal und wenn dann die irgendwann in dem Bonobo-kommunistischen Kommunen die Milliardärskönige freiwillig wieder anfangen, alles den Frauen und Kindern zu schenken, wie das die Bonobo-Männer im Bonobo-Kommunismus machen, dann ist das deren freiwillige Entscheidung. Dann machen sie das freiwillig und gerne. Ja, also insofern, liebe Milliardärskönige, die Next Scientists for Future bedrohen euch in keinster Weise, sondern sie schenken euch nur Gutes und Neues und Besseres. Und das hoffe ich, dass das irgendwie mal durchdringt. Wir haben immer noch nicht, ich hoffe, dass es mit der Partei klappt, mit der Wir 2020, wo ja ein Doktor der Physik sich bei uns gemeldet hatte und ein sehr kluger Mann, hoffentlich kann der sich durchsetzen in einer Partei, wo dann vielleicht auch wieder sehr viele durchschnittliche Mitglieder drin sind schon. Mal gucken, ob die das schaffen. Ansonsten, ja, also Markus Krall und Hans-Werner Sinn und alle, Greta und so weiter, überdenkt nochmal, wir müssen den freien Markt beenden, wir müssen die freie Arbeitsbeteilung beenden, alle eure Konzepte bisher sozusagen irgendwie mit der sozialen Marktwirtschaft euch irgendwie zu arrangieren. Das ist ein Irrweg, das geht nicht. Ja? Die soziale Marktwirtschaft ist der Killer von allem. Freier Markt und freie Arbeitsteilung sind die Killer von allem. Killer der Erde, Killer durch Kriege, Killer durch Krankheiten, Killer durch krankmachende Ernährung, durch krankmachende Landwirtschaft. Das ist der Dauerkiller. Ja? Also, das war es mal wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Nochmal unser Tagesbild zum Schluss. Ja, das war es schon wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald! Tagesschau! аныg PA osoby sunrise lyn